hallo leute heute trainiere ich die kniebeuge die doppelte plus 8 zum schluss hänge ich dann noch die frontkniebeuge dran und es folgt zum beenden des trainings eine rückenübung und dann durfte das dienstagstraining heute hier im klub komplett gewesen sein der dienstagstrainingsplan heute mit der doppelten acht in der kniebeuge jetzt mit dem 8 plus setzen 135 8 plus und 150 8 plus so Die Kniebeuge waren heute sehr stark für mein Empfinden und ich habe in beiden Sätzen 8 Plus gemacht. Das ist natürlich auch ein riesen Plus, denn vorher war es immer so gewesen, 135 Plus und dann die nachfolgenden Sätze, einfach nur die Wiederholungszahlen. Heute habe ich einen draufgesetzt und das ist auch ein gutes Ergebnis meiner Trainingseinheiten, die ich die letzten Wochen abgeliefert habe hier in unserem Club. Ich bin jetzt mit meinem Training fertig und in einer halben Stunde geht es auch schon wieder auf Arbeit. Ich sage nur eins zum Sport heute, der war richtig klasse gewesen, war sehr angenehm und auch gut der Durchführung. Ja, sowas hat man selten und heute ist so ein seltener Tag. Leute, ich wünsche euch was, trainiert mal fleißig, geht ordentlich ans Eisen, achtet auf eure Gelenke. Heute hat mir die Schulter nicht wehgetan, das ist auch was Positives und wir sehen uns am Donnerstag wieder zum Training hier in unserem Club. Macht's gut! Heute wieder internationale Küche und zwar aus Thailand. Heute esse ich thailändische Nudeln und die wurden gekocht. Ja, es sind sehr viele Gewürze drin, ist auch vom Geruch her sehr intensiv. Naja gut, mal was anderes. Am Wochenende hatte ich Nudeln mit Würstchen und Tomatensoße, sowie ein paar Kräuter drin und Käse. Und heute ist halt mal etwas thailändisch angesagt. Gut Freunde, ich schaufel mir jetzt das ganze Zeug in den Bauch rein und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Euer Uwe. Gut Freunde, ich schaufel mir jetzt das ganze Zeug. Vielen Dank.